Servus miteinander, hinter uns kletscherts schon und willkommen zu einer Runde The Bath House. Ist von Chillers Art, muss ich nicht so sagen. Wer in dem Genre Wilder Horror unterwegs ist, kennt Chillers Art so wie im echten Leben jeder Ferrari kennt. Muss es nicht unbedingt selber gefahren haben, aber er weiß, was ein RCS, weiß, was ein Ferrari ist und so ist es ja auch. Ich muss es nicht gefahren haben, ich muss es nicht gespielt haben. Chillers Art ist bekannt, wer es nicht kennt. Chillers Art macht gerne diesen chinesischen Horror, also diesen asiatischen Horror, ich sehe es mal ganz breit gefächert, und hat ein Faible für komische Orte, an denen halt was Gruseliges passiert, wie zum Beispiel jetzt ein Badhaus. Und die Grafik ist nicht mehr auf der Höhe, es gibt oft Charaktere, die sind überzeichnet, die sind überzeichnet lustig oder dumm, was manchmal im Spielgeschehen nicht so richtig reinpasst, aber das Ganze etwas auflockert. Und man ist normalerweise wie immer, es wäre los. Also man muss es immer abhauen, diese Geschichte eben. Und wer in dem Genre gerne unterwegs ist oder Chillers Art noch nicht kennt, da gerne reingucken, da habt ihr noch ganz viel vor euch und könnt euch da die Seele aus dem Lab gruseln. So, und dann gehen wir direkt rein, weil es gibt keine Optionen, scheint außer Deutsch, ne, lag noch so. Support, das ist gerade ein Overlay. Danke, so, Supporter Inhalte. Achso, ja. Und das ist das andere auch, ja, genau, wenn ihr die Supporter von dem Spiel, also ich sage mal die Beta-Alpha-Tester oder überhaupt, die gerne Jazz Art die Spiele von denen schon unterstützen, bevor sie überhaupt rauskommen oder Probe spielen, die werden mit den Spenden oft verewigt, also immer eigentlich verewigt, durch kleine Collectibles oder vielleicht kann man es gar nicht collecten, aber man kann es entdecken, also das können manchmal Masken sein, da steht dann der Name drunter. So, ne, da würde dann Horrible Vlogs stehen, wenn ich da 10.000 Euro gespendet hätte. So, wir machen jetzt einfach neue Spiele und vielleicht gibt es ja Ingame noch, weiß ich nicht. Das plätschert halt ein bisschen. Das ist schon ein bisschen gruselig, weil es lädt verdächtig, ne? Okay. Was? Ich bin es leid für so eine Firma zu schüften. War das gerade eine Sklavenbootfirma? Lautsteiger? Na, grenzwertig. Ich muss den Job hinschmeißen, das ist doch nicht gesund. Einfach hinschmeißen und aus Land ziehen. Ja, und dann? Ja, und was willst du denn auf dem Land arbeiten? Landarbeiter? Äh, so ein Mist. Ein Flyer? Ah. Der wird doch nicht im Badhaus eine Stelle finden? Das sieht doch gut aus. Wohnen Sie mietfrei, ne, mietfrei, wenn Sie im Badehaus arbeiten? Ja, könnte ich mir das vorstellen? So Aufgrüsse machen oder so Bademeister-mäßig? Da bin ich der Kiepner drin, ne? Am besten ich kündige sofort, dann kann ich direkt umziehen. Jawohl. Los geht's. Eine Leiter und nochmal eine Leiter mit mehr Sprossen. Zimmer 23, ich muss meine Sachen reinbringen. Sorry, Leute, ich justiere nochmal den Ton runter. Ich glaube, der ist schon arg laut. Machen wir hier so in dem Dreh. Gucken wir mal, wer mit macht. Uppala. Und diese Grafik sieht man ja schon, die hat so einen Film-Grain extrem drüber. Meine Fresse ist der extrem. Ach, schau an, Option. Mist. Okay, dann drehen wir da wieder hoch. Auf, da drehen wir wieder hoch, dann sind wir da wieder fertig. Gut, dann gehen wir da rein. Lautstärke, jawohl. Wie sieht's denn aus? Lautstärke, maßnahme, Mausempfindlichkeit. Ja, bin ja. Ehrlichkeit passt, oder? Grafik. Ist ja doof, dass man das vorher nicht machen konnte. Ich lasse es jetzt so, sonst flickert es hin und her. Ja, das könnten wir eigentlich anmachen. Jede zweite V-Bank. Vereinsbank. Also Volksbanken, Reifeisen. Jede zweite Volksbank, Reifeisenbanken bekommt ein Sync. Das ist für meinen Account. Und da haben wir Interagieren, Maus 0. Kenn ich jetzt nicht. Wird schon passen. Und ducken. Ich hasse ducken auf C. Bitte nicht. Da bräge ich mir einen ab. Jedes Mal. Hier anwenden. Ach ja. Ja, schau, das ist doch angenehmer. So, und da haben wir noch Tab Inventar, Rennen, Ducken. Nicht C. B, A, S, D. Ne? Okay. Cool. Anwenden. Pass zurück. Tag neu starten. Warum? Also das und das. Tab. Ein unsichtbares Inventar, weil wir noch nichts drin haben. Und wir können uns auf Dings ducken. Filmgrain war jetzt nicht so deaktiviert. Auflösung, Texturqualität. Abhängig von deinem PC können die Änderung etwas dauern. Schatten, Motion Blur und VHS. Ah, hier, warte mal. Anwenden. Boah, das sieht zwar irgendwie besser aus, aber noch hässlicher dadurch, dass die Grafik eh nicht gut ist. Dann lass uns so. Schatten? Ja klar. Motion Blur? Ne, den würde ich gerne ausmachen. Wenn wir uns schnell bewegen oder irgendwas, das hasse ich. Servus. Ich habe bloß gerade meine Spieleinstellungen gemacht hier. Alles klar. Und wir haben, haben wir Raytracing? Ne. Das Spiel ruckelt ein bisschen. Das Spiel manchmal oft. Karton. So, ich kann ihn nehmen. Ach, das sind meine Kartons wahrscheinlich. Die habe ich jetzt alle drei da. Und der A-Stelle hilft mir nicht und das ist mein Smart. Ne, das ist nicht mein Smart. Irgendeine asialische Marke. Bei Hatsu, die es nicht mehr gibt. So, servus. Ja, ich bin hier neu. Zeichensprache. Ach ne, der raucht. Der hat sich gerade in Zigarette angesteckt. Das hat es ausgesehen, als würde er nicht reden können. Ja, er kann auch nicht reden. Also, er sagt halt nichts. So, mit meinen sieben Sachen laufe ich jetzt hier rum. Wir kommen auf Toilette gehen. Schön. Da hinten könnte unsere erste Maske sein, hätte ich schon vermutet. Oh. Aha. Da gehe ich mal in mein Geschäft machen. Verhandlungsplakat. Das ist doch der Typ, der gerade da steht. 300 irgendwas. Das ist die Belohnung. 300 irgendwas hört sich nicht gut an. Also, 300 Dollar, 300 Euro, 300 D-Mark, 300, ne? Ist egal, welche Währung. Also, 300 Goldklumpen. Ja, aber ich glaube, die Währung gibt es nicht mehr. So, okay, gut. Ja, das ist der exakte Himmel von uns heute. In unserer Region. Ich würde ja am liebsten jetzt dahinter laufen. Ich muss meine Sachen erst reinbringen, ja, alles klar. Wir lassen es trotzdem Zeit. Wir haben das Spiel bezahlt. Schade, kann ich das zeigen? Das Spiel hat als Icon ein Badeende, eine gelbe, quietsche Badeende. Das ist schön, oder? Wenn es dann so gruselig wird, dann gucken wir einfach kurz mal runter in die Tastleiste. Hier. Da ist sie. Schöne Badeende. Ah, was kann uns da schon passieren? Aber es ist schon dunkel, ne? Leute, tut mir leid. Machen wir mal rein. Wenn ich schon nichts sehe, dann hier wahrscheinlich erst recht nicht. Da kommt dann, machen wir es halt auf 1. Hier ist es nicht gewesen. Wir können das noch... Gut. Es überstrahlt jetzt schon. Aber die Schatten sind ja jetzt saudunkel. Aber jetzt wird es heller, wenn ich näher komme. Gut, wir haben irgendwie ein Katzenauge, das auf 10 cm funktioniert anscheinend. So, unsere Wäsche klammern. Wäsche, Wäsche, Wäsche. Druck, na? Ja, okay. Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles gesehen. Jetzt können wir mal hoch. Wer sagt da unten, der darf da oben wahrscheinlich ran? Stand am Anfang da, welches Zimmer unseres ist, ne? Ist schon wieder von lauter labern vergessen. Aber jetzt kriegen wir raus. Was? Ich habe gedacht, der hat keinen Kopf. Also, Chillers Art hat auch unglaublich hässliche Charaktermodelle, beziehungsweise Gesichter. Manchmal sehen die aus, als hätte man ein Kissen genommen. Es ist ein bisschen geknickt, dass so nach vorne gewölbt ist und darauf dann eine Textur. Das heißt, wenn man vor der Seite guckt, dann ist da keine Nase zu sehen oder irgendeine Erhöhung ist einfach nur gewölbt. Und von vorne sieht es halt halbwegs aus wie, man, du stinkst. Sag mal. Also, ich glaube, du stinkst du, alter Maulwurf. Guck dich doch an. Guck dir den Geruch. So. Ich klicke mal. Aber ich kann nichts antworten. Okay, ich kann gar nichts machen. So, jetzt. Soll ich jetzt mal ein Bad nehmen. Entschuldigung. Ich bin gerade erst angekommen, nachdem du deine Sachen reingebracht hast. Ja, das wollte ich ja. Darf ich dir dann ein kostenloses Baden eigentlich? Ich möchte was mit dir besprechen. Der Vermieter. Hier, nimm. Das ist der Schlüssel zu deiner Wohnung. Wir kommen in der Stadt. Ja, ja. Na? Grauer Staat. Hater Arbeit. Vermieter, ja. Weißt du, komm dran. Okay. Da hat sich irgendwie die Animation mit der Kamera überschnitten. Wohnung betreten. Nö. Mach ich nicht. Ich will, dass du weggehst. Wenn ich hier rein. Ich kann rennen. Ja, stimmt. Ich habe auch keine Ausdauer. Ich kann einfach rennen. Solange ich will. Gut. Also, gehen wir halt rein. Mausrad funktioniert nicht. Super. Es wird schön, Leute. Es wird richtig schön. Und ist der Creep weg, ja. Ich kann jetzt meinen Schlüssel eigentlich auch weglegen, ne? Also, ich müsste den nicht die ganze Zeit... Ja, das ist mein Karton... Okay, das ist mein Inventar. Das Inventar hat sogar... Wirft sogar einen Schatten. Junge, steck den halt weg. Interagieren, rennen, ducken. Na gut, dann haben wir den halt jetzt. Ach so, jetzt hier mit Mausrad? Okay. Alles klar. Oh, okay. So, wo bringen wir jetzt den Barbie hier hin? Überhaupt, wo sind wir denn? Also, wir sind... Wir sind in einer ziemlich... äh... Glanzigen Bude. Und der Background-Sound ist jetzt weg. Tut ziemlich gut, weil der war jetzt laut. Auf Dauer. Habe ich gar nicht bemerkt. Also, in einer der nächsten Bude, die es gibt. Mit einem kleinen Glory Hole. Äh... Na? So. Das ist aber inklusive, denke ich mal. Das hängt auch ziemlich hoch. Ja. Gibt es eigentlich Glory Holes für der Zungenküsse? Wenn nicht, ne? Wenn hier jetzt jemand zuguckt, ähm... Gern geschehen für die Idee. Dann meine... Nein, meine Taschentücher-Box nebendran, ne? Falls ich mal, ne? Falls ich mich mal sauer machen muss. Und... Das war's. Das war's. Okay, dann gehen wir halt wieder raus. Ist das jetzt schon wahr in der Wohnung? Also, glücklich bin ich jetzt nicht mit dir, ne? Das lila Geländer? War das grad schon lila? Kann ich jetzt eigentlich auch wieder rein? Moment. Okay. Haut's wieder runter da draußen. Bisschen Gewitter. Ich denke, es ist gut. Wett geht gerade runter. Das passt doch zum Spiel. So, und der andere Typ ist immer noch da, ne? Im Anschluss habe ich jetzt ausgewählt und kann ihn wieder nicht weglegen. Verdammte Axt. Muss das jetzt sein? Naja, gut. So, was haben wir denn hier? Bisschen verschobene Texturen. Meine Fresse haut wirklich runter. Und, ne? Diese typischen... Urban... Ne? Transporter-Dinger. Die... Ja, wie heißt das italienische Podor dazu? Diese Piaggios? Ne? Wie heißen die? Die drei Räder da. Manchmal auch vier Räder, je nachdem. Schauen wir, wie das waren auf Spokata. Was war das? War das ein Hund? Muss ich da lang? Natürlich, wenn ich den Schlüssel halt mal weglegen könnte, ne? Oh, da wartet schon jemand auf mich. Ich glaube, da müssen wir auch hin. Das heißt, wir gehen da nicht hin. Das heißt, wir gucken uns erstmal in Ruhe um. Damit wir mal später rennen müssen. Oh, guck mal. Hier, der Chef. The Chief. Was trinkt das, Chief? Oh, das da. Hier, guck mal. Das ist bestimmt Rangensaft. Oder Karottensaft. Und die wollen einen Kätzchen damit, dass das hier so süß aussieht. Und weil es keiner kaufen will, ne? Steht es hier dann auch noch rum. Und ich lasse mich da drauf ein. Und dann ist es Karottensaft. Bäh! Karottensaft mit Honig. Einen Tetra Pak hatte ich auch mal. Das wird nicht besser. Äh, ja. Okay. Was ist das? Süßwarenladen. Das ist ein Süßwarenladen. Das da? Oder da oben dann? Wissen wir nicht. Springen kann ich nicht. Ducken kann ich. Geht aber nicht rein, weil, ähm, ne. Geld habe ich auch anscheinend nicht. Da! Warte mal. Da kann ich doch gucken. Müsste mich gar nicht ducken. Hallo? Achtung, mein Vermieter, schau an. Ah, jetzt bin ich doch da reingelaufen, wo ich nicht hin wollte. Willkommen, willkommen. Du hast den Flyer gesehen, oder? Ja, es wird jemand vermisst, äh, gesucht. Wie, da kannst du dir sparen? Zumindest so lange du hier im Badehaus arbeitest. Okay. Ach ja, es gibt keine Dusche in deiner Wohnung. Ja, habe ich gesehen. Es gibt bloß ein Loch. Also hast du wohl keine Wahl, wenn du hier arbeitest. Das heißt, ich kann da eigentlich gar nicht vor Ort in den Job wechseln, weil, dann müffle ich wirklich. Hm. Naja. Kannst du am Ende jeder Schicht einfach hier an Börden? Ja, ja, gut, kann man. Ja, ja, klar. Nee, habe ich keine Wahl, ne. Nö. Nee. Also gut. Fangen wir an. Siehst du das Board da? Naja, so von der Seite, weil ich kann mich bewegen und ich sehe es mal. Guck, ich muss auf der Seite. Bitte erledige alle Aufgaben, die du auf der Liste ziehst. Äh, sind. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, dann, ähm, bin ich eh nicht mehr da. Behalte ich für dich. Es ist nicht schwierig, in einem Badehaus zu arbeiten. Ja, viel Glück. Äh, es kommen Kunden. Ey, ich bin noch ein... Oh Gott, das ist mir nicht. Ich wollte noch überall anders hin. Gott sei Dank, sind die Grillen aus. Ich glaube, die können nicht... Also, wenn die im Hintergrund aus... Moment. Wenn die auszustellen sind, mache ich die mal aus. Jetzt, die liegen mir so im Ohr. Von euch wahrscheinlich dann auch, ne? Kann ich aber nicht machen. Kann bloß die allgemeinen Lautstärke. Ja, gut, dann... Dann ist es leider jetzt so. So, was ist da jetzt? Gegenstand in der Hand... Nee. Hallo. Ich mache auch mal 100 Yen. Was mache ich jetzt? Geld einwerfen. Keine Ahnung. Habe ich jetzt gemacht. Und jetzt? Rasierer, Handtuch und bezahlt. Also bezahlt ist schon. Rasierer und Handtuch. So, ein Rasierer. Bitte. Der Herr. Ne? Aber nicht nur... Und nur rasieren, bitte. Und ein Handtuch. Bitteschön. Kannst jetzt gehen. Ein 29-jähriger Frau wird seit einer Woche... innen... Was? Ach, in der Weg geht es auch weiter. So, Handtuch und bezahlt. Also bezahlt wird schon mal an. Eine... Vermisst bei der vermissten Person hat sich um ein 29-jähriger... Ja, ja. Hat sie ja schon mal erst mal. Gut. Geht rein. Handtuch, ne? Kleine... Äh... Kleine... Kleine Frau? Du siehst gruselig aus. Geh weg. Geh bitte weg. Geh bitte weg. Ich bin ja eingesperrt übrigens. Mensch, ich hätte mich noch weiter umgegucken sollen. Scheint so, als würde kein Kunde mehr kommen. Drücke Leertaste, um ein Niggerchen zu machen. Nö. Ich nehme einen Rasierer. Und dann haue ich mir erst mal... Hier, guck mal, Dusch geht. Vielleicht kann ich mir das... Vielleicht kann ich hier schon mal... wegwerfen. Oh nein, jetzt habe ich den wieder... Jetzt nehme ich da nochmal Conditioner. Und ein Handtuch kann ich auch nicht mehr weg... Also, wenn ich erst leergelegen will... Das kann es doch nicht sein, ey. Oh, das habe ich jetzt alles im Winter. Gut, dann nehmen wir noch einen Rasierer mit. So. Nehmen wir mit, was geht hier. Der blöde Sack da. Der Vermieter, der ist selber schuld, wenn hier alles fehlt. Was ist das hier? Potztüte? Ne. Was ist das eigentlich? Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall unser Inventar voll. Dann drücken wir halt jetzt so... Geld einwerfen. Ich habe gar kein Geld. So weit Leertaste für ein Niggerchen, oder? Und ein Niggerchen. Danke. Also, ich würde jetzt da nicht nachgucken, weil... Hat ja jemand Spaß gehabt anscheinend. Dann geh mal weg. Er sagt bestimmt, ich darf da nicht lang gerade. Spiel, du lässt mich hier weg? Seit... Ist ja jetzt nicht gedacht. Oh, was ist das? Da müssen wir irgendwann nochmal hin. Das sieht aus wie ein Sicherungskasten. Also, in jedem großen Spiel muss der Sicherungskasten weg sein. Elektronikgeschäft, aha. Nicht weg sein, sondern muss kaputt gehen. Überall. Was kann ich denn hier tun? Schau ich mal Müll hinschaffen. Was passiert jetzt, wenn ich nicht nachgucke? Wir spielen das Spiel auf unsere Weise. Wir haben es bezahlt. Wir spielen das, wie wir es wollen. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist das Spiel schuld. Nicht das Spieler. Wir müssen auch damit rechnen, dass irgendwelche westlichen Spieler hier Kokolores treiben. So ist meine Herangehensweise, würde ich sagen. Das würde ich nicht nur sagen, das sage ich auch. Ja, und was bist du jetzt da für einer? Du stehst schon ganz schön lange da, ne? Mensch, wir haben... Was? Wen haben wir denn da? Ich vermute mal, du bist neu. Du bist die Neue. Ich habe gedacht, ich bin... Ja. Uh. Wie heißen die mit offenen Hand? Ja, das glaube ich. Äh. Äh. Nö. Du arbeitest hart, um das Badehaus wieder zum Laufen zu bringen. So habe ich gehört. Ja, also, ehrlich gesagt, zwei Kunden und Niggerchen, ne? Ja. Hart. Hm. Oder war das wieder so eine Perversanspielung? Ich würde das nicht tun, wenn ich du wäre. Hm, 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 hm. Außerdem... Ich spüre eine Präsenz, die dich verfolgt. Noch etwas. Ich empfehle dringend. Wirklich dringend. Dass du dich hier bei meinem Tempel segnen lässt. Oh, nee, du... Weißt du was? Ich habe... Nee. Wie kannst du es wagen, meine Segen abzulegen? Die Götter sind dir... Sind sehr, sehr traurig. Was von dir zu hören. Dann drehen wir jetzt nämlich um und fahren wieder nach Hause, wenn du dich nicht segnen lässt. Was? Geh weg. Was ist das? Was ist das? Ich will nicht. So. Jetzt bist du geschützt. Jetzt hat er das eh gemacht, ne? Deinen komischen Fetzen-Dings da. Weiß ich nicht. Alte Unterhosen. Du bist es vorerst. Du kannst jederzeit wiederkommen. Wenn du das nächste Mal vorbeikommst, hast du eine Opfergabe. In Form von Geld. Sonst werden die Götter dich verlassen. Ja, okay, alles klar. Lass mich jetzt in Ruhe. Ich bereue schon wieder, hier hochgekommen zu sein. Mit deiner hier, ne? Sitzgelegenheit mit Regenschirmständerablage. Ja, also Geld mitbringen, ne? Also das Erste ist es natürlich zum Catchen, ne? Die erste Dosis, die ist umsonst. Und wenn es einem gefällt, dann muss man halt das nächste Mal bezahlen. Richtig. Kettbeier. So, und dahinter... Was ist das? Was ist das? Warum ist es hinter der Pfeil? Das ist nichts. Kann ich da mein Inventar ablegen? Ist das für meine Schwerter? Also wir sind ziemlich weit weg. Ich kenne das von den Spielen hier eigentlich gar nicht, dass es so... Na ja. So umfangreich ist. Was ist das? Für eine Brücke sein. Aber dann, selbst dann... Wegt es sich überhaupt nicht mehr. Das wäre eine riesige Brücke. So, und da kann man auch baden, ja? Auch angeln. Ach komm. Nicht jetzt, okay. Geht nicht. Da kann ich vielleicht was zu essen. Wahrscheinlich muss ich auch noch... Das siehst du, ich habe noch nicht mal eine Küche. Da habe ich gesehen. Da muss ich wahrscheinlich da auch noch irgendwo, weiß ich nicht... Auf dem heißen Stein. In der Sauna meinen Fisch dann grillen. Und dann will ich aber nicht wissen, was da für die Beschwerden kommen wegen dem Loch. Ja, was soll ich machen? Ich habe schon wieder einen trockenen Hals, Mensch. Heute, ne? Ich habe zwar keinen gegessen, aber... Kennt ihr das, wenn man Döner isst? Es ist fast egal, welchen und wo. Am Abend, also wenn man so mittags oder abends ein isst, dann isst man nachts spätestens. Dann hat man einen in Brand, sage ich dir. Und gerade habe ich ja genau das gleiche Gefühl. Ich habe aber keinen gegessen. Hätte ich gerne. So, was ist jetzt das hier? Warum kann ich das aufmachen? Sagt mir jetzt nichts. Besenkammer. Ich nenne es jetzt mal Besenkammer. Ja, hier, das ist eigentlich amerikanisch, dachte ich. Dann geht es hier nicht weiter. Wahrscheinlich Manager. Dann kann man hier noch Billard spielen. Wird damit sehr seltsam, wenn ich den Tisch. Kondom-Automat, jawohl, das ist doch schon... Boah, supermoderne Fernseher. Also, Mensch, gerade vom Mediamarkt, ne? Die haben gerade wieder so eine Sparaktion, so ein Gutscheinheft. Da war der, also, ne? Der hat sogar so eine Zeitschaltuhr. Also wie bei Mikrowelle. Dann drehst du auf und dann ist der halt einfach nach 50 Minuten geht er aus. Ist doch gut zu tracken eigentlich, ne? Das ist... Ne, dann macht das Leben wieder Sinn. Was zur Hölle? Was, solche Räder? Was ist das denn? Ektischer Stuhl oder was? So, was ist jetzt hier? Wer hat hier geschrien? Ist eine Maus durchgelaufen? Mein Gott, hey. Was ist mit dir? Du hast nicht geschrien, ne? Du guckst bloß in die Richtung. Achso. Puh. Ich habe etwas in der Sauna gesehen. Okay. Könntest du für mich nachgucken? Wieso für dich? Das ist mein Bereich hier. Ich gucke für mich nach. Wer zur Hölle? Was sollte man in diesem Spiegel sehen? Und abduschen auf der Höhe. Kann mir das mal jemandem erklären? Was man hier macht? Ist es der, der mit dem Rasierer und dem Handtuch? Warst du dann schon hier? Ich kehre mich einfach zu wenig aus, glaube ich. Gut. Okay, ich gehe einfach mal in die geöffnete, oder? Weil die geschlossene macht ja keinen Sinn. Nee. Also erstmal in die offene, dann in die geschlossene. So, hier sieht alles cool aus. Alles cool aus. In der Ecke ist auch kein Dämon. Perfekt. Ich glaube, wir müssen zwei Aufnahmen machen. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel geht, aber ich glaube, wir machen zwei. Was ist eigentlich dahinter? So, wir gehen jetzt rein. Wir haben zwar keine Waffen mit, aber wir gehen jetzt rein. Okay, das ist keine Sauna. Was? Das ist ja der Hammer. Was ist das denn? Das ist ja igelhaft. Okay, was ist da hier los? Der Deckel ist verschlossen. Was heißt überhaupt? Sein Aktenvernichter? Okay. Aber das Abflussrohr fehlt. Okay, naja. Ah, das haben wir vorhin, glaube ich, neben den Müllsäcken gesehen. Da war irgend so etwas Ähnliches jedenfalls. Aber da kann man nicht rein. Okay, Abflussrohr fehlt. Eigentlich unsere Aufgabe, weil das war ja schon weg, bevor wir hier angefangen haben. So, hier, Punkt, 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 abgeschlossen. Mein Gott, sollte ich hier sein? Es kommt, also, ne, also wer keine Jumpscares mag, wahrscheinlich kommt jetzt bald einer. Ne, das hat man so ein Gefühl irgendwann, wenn man die Spiele kennt. Wenn man sich jetzt umdreht oder fast schon wieder draußen ist. Jo. Oder auch nicht. Ich bereite euch vor und ich erschrecke mich wahrscheinlich jetzt selber dann noch. Genau, was Rohr fehlt. Ja, 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 ja. Ist schon gut. Okay, jetzt wird ausgeblendet nochmal. Jetzt wird er eingeblendet und sind trotzdem noch an der gleichen Stelle. Das ist ja typisch. Okay, ist aber nichts. Der hat ja auch gesagt, in der Sauna ist was, ne? Oder? Hat er Heizung gesagt? Heiz. Ne, Sauna hat er gesagt. So, Junge, in der Sauna. In der Sauna ist niemand. Das ist mein Inventar. Bloß nicht die Maus benutzen, sonst muss ich den Schlüssel wieder tragen. So, also, Junge, hier ist nichts. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ne, ich schwöre, ich habe etwas gesehen. Dieser Ort macht mir echt Angst. Ja, dann geht doch. Geh doch. Wenn du einen besseren Dings findest, geh. Ich hau ab. Ja, bist du schon, ne? Der lächelt immer noch. Der lächelt halt immer noch. Was ist denn creepy? Guckt ihr euch an. So, hier kann man sich... Das weiß ich nicht, ne? Muss ich jetzt hier wieder rein? Oder macht man das, wenn man geht? So wie auf Holz klopfen, ne? Auf die Tische klopfen, wenn man geht. Wie? Ein Mädchen wie du? Gio. Bist du jetzt wirklich eine Frau oder Mann? Ne, du bist schon eine Frau irgendwie, oder? Bist perfekt für die Opfergabe. Hä? Ja, sag ich auch immer. Tschüss. So ein unhöfliches Pack, weißt du? So, dann waren wir hier drüben ja noch gar nicht. Ich will ja mal gucken, was hier so ist. Die Jukebox. Ja, da gucken wir uns doch mal die tollen Lieder an. Stereo-Sound. Ja. Ey, ich will aber... Naja. Alles gut. Ich glaube, die Lautstärke haben durch die Feuchtigkeit sehr gelitten. Dann haben wir hier eine Werbung für... Lippenpfleger. Oh, das wird doch ein... Ne? Doch, ne. Jetzt habe ich fast damit gerechnet, dass das so ein dieser Gluckables ist. Sie haben noch gar nichts gesehen. Vielleicht machen die das nicht mehr. Oder verwecken. Wie wechsle ich das? Okay, das ist eine Werbung für... Für Back... Für Backsterne. Für... Für... So, und da... Das ist natürlich Bier. Sagst du was? Ich hoffe, ich werde nicht krank. Ich hoffe, ich werde nicht krank, Leute. Hat man noch nicht. Jetzt nehme ich schon. Auf jeden Fall über zwei Monate. Über zwei Monate am Stück auf. Das heißt, am Stück machen wir zwei Tage Pause. Oder einen Tag. Aber selbst dann lief, glaube ich, was. Genau, als ich mal gar keine Zeit hatte, das zum Thumbnail machen. Und trotzdem habe ich das irgendwie gemacht, ne. Damit es läuft. Das ist irgendwie... Obwohl ich, ne. Da jetzt nicht drauf angewiesen bin, dass es läuft. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, das muss ich machen. Stört mich auch nicht. Aber ich mache schon Gedanken. Wenn ich jetzt zum Beispiel Weihnachten... Da würde es auf jeden Fall so sein, dass es halt... Einfach mal Sende-Pause ist. Habe ich mir schon wieder Gedanken, ob man das so machen kann. Oder ob ich vorproduzieren muss. Dabei... Nehme ich ja nicht davon. Muss es lockerer angehen. So, Prost. Ne, kann ich nicht, weil es zu schocken ist. Also gut, Leute. Was ist hier? Lippenpflege. Das ist wieder das. Das sind die Enten. Das ist das gleiche... Ja, das ist genau das gleiche Entchen wie im... Na? In der Tagesleise unten vom Spiel. Das Symbol. So, und das ist natürlich... Oh, das ist... Ja, das ist entweder Alkohol... Ach, Koffiemilk steht da. Ähm... Ja, ihr braucht bien die Tür. Okay, das ist natürlich die Manager-Toilette. Sieht man ja gleich. Mit den schönen Magogoni-Holz-Spülkasten. Und alles ist nass. Es ist alles nass. Damit Überspiegelungen sein können. Ich habe schon gar nicht 17 langsamer Frames. Hört halt auf. Wo kommen die denn her? So, und da ist jetzt jemand... Da hat sich jemand zerrissen. Ich habe mich gerade schon gefragt, warum das da eine Mauer ist. Und wenn wir in die Tür gehen, dann ist da eine komische Halle. Aber, ah, das habe ich falsch verortet. Okay. Funktionieren? Gut, aber das ist auch randvoll, das Becken. Und wo kommt der Wellengang her? Das ist so langsam, als wäre das irgendwie eingefrorene... Weiß ich nicht, Klippermasse. Die sich gerade so ein bisschen bewegt. Und dann traut sich gar nicht einsteigen, weil alles rüberschwappt dann. Also bei den Frauen ist anscheinend auch untenrum was los, zu rasieren. So, okay. Gut, da hat es drei Explosionen gegeben, würde ich sagen. Ach ja, ich muss ja sauber machen. Gehe jetzt dem Besen her. Und hier ist die besagte Sauna vielleicht. Habt ihr das auch gehört? So, wo bekomme ich jetzt einen Kerl hierher? Einen Kärscher. Sag mal. Da ist doch die Besenkammer. So, Besen. Was muss ich jetzt hier beseln? Wahrscheinlich die... Zerl drauf hier. Wahrscheinlich die Flecken drüben, ne? Ach, hier sind auch Flecken. Hier hat es auch einen zerrissen. Achso, dann muss ich... Muss ich, muss ich mein Besen schwingen? Er wäre dahinter, lässt uns solche Flecken. Was man jetzt so machen muss. So, da hinten gehe ich nicht mehr rein. Ne, passt. Das sind die automatisch schließenden Türen hier, ne? Das ist ja Giespartechnisch, das ist ja cool, aber... Sonst? Na, herrlicher Tag. Ne, also, ganz ehrlich... Sehe ich gerade nicht mehr. Danke. So, da haben wir unsere ersten Gulden schon mal redlich verdient. So, die Arbeit ist erledigt. Geh dich waschen. Ach stimmt, ich darf mich ja waschen. Oh, mir ist ja eine Frau. Also, das ist immer gleich richtig, ne? Genau. Ich nehme das Becken, da kann keiner dazukommen. Nicht wie im Bus. Kann ich nicht nehmen. Und da kommt jemand rein, der ganze Bus ist leer und der geht dann... So, was muss ich jetzt hier? Okay. Wuschen. Ah, okay, deswegen sind die so tief, weil man sich hinsetzt. Ja, auch zu naheliegend. Meine Vermutung finde ich aber besser. Dass ich da alle hinstelle, breitbeinig und dann... Ne? So richtig, äh, die Kettensäge. Durchs Gebüschradern. Was ist denn jetzt hier? Was soll ich denn jetzt machen? Achso. Ah ja, ich habe kein Spiegelbild. Ich bin schon tot. Deswegen müssen wir uns gar keine Sorgen mehr machen. Ja bitte, es ist geschlossen. Jetzt ist ja auch das... Bloß, jetzt ist das Warmwasser alle. Das kann ich jetzt erleichtern, weißt du. Jetzt musst du diesen blöden Affen noch mit dem Besen rausboxieren. In die Fresse. Was ist das? Wo ist das denn hier? Wo ist das? Was war das? Nichts, das war nichts. Wahrscheinlich ist jemand eingeschlafen und ist gerade wieder aufgewacht. Weil es so gemütlich ist. Akimura, meiner. Tag zwei wird es wahrscheinlich helfen. So, meine ganzen... Ja, jetzt nehmen wir auf jeden Fall eine Frau, denke ich mal. Genau, also draußen war zwar die ganze Wäscheleine, aber gutes Regnen, ja. Deswegen müssen wir uns innen aufhängen. Subtrobisches Klima. Besonders für die Schlüpfer schön. So richtig schöne 3D-Klamotten. So, was ist jetzt mit dem Loch hier? Was soll ich hier rausziehen? Warte mal. Ich muss jetzt kurz was nachgucken. Okay. Okay. In unserer Haustür wurde auch gerade geklingelt und geklopft. Das ist 20.06 Uhr. Vor allen Dingen geklopft. Ich glaube, ich muss das Spiel ausmachen. Wer klopft denn an der Haustür? Also wenn... Oder? Weiß ich nicht. Muss ich gleich mal nachgucken. Bleibt schön gruselig hier. Wir ziehen das Ding jetzt noch raus und dann machen wir die Folge zu Ende. Ich glaube nicht, dass wir das Spiel auf jeden Fall jetzt noch innerhalb von einer Stunde hinbekommen. Wir ziehen jetzt einfach mal raus, was da drin ist. Okay. Achso, ich müsste... Das hat sich nicht schön angehört. So, und weil ich jetzt unbedingt alles mitnehmen wollte, weil ich so ein Drahtzahn bin... Ja, ich habe jetzt was rausgezogen. Was ist denn das für ein Bild überhaupt? Ist das dieser hässliche Vermieter? Das kauft doch kein Mensch dann. Okay, aber ich habe jetzt irgendwas rausgezogen. Jetzt stehe ich das halt rein. Aber warum? Was habe ich denn jetzt rausgezogen? Ob ich habe das Spiel jetzt nicht kaputt gemacht, weil ich so viel im Inventar habe? Wenn die schon gedacht haben, dass ich das mache. Okay, da haben wir auf jeden Fall jetzt irgendwas gemacht und alles vorhin schon. Dachte ich nicht. Egal, Leute. Ich finde es bis jetzt cool. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und genau, wir sehen uns dann, ich denke mal, morgen. Bis dann. Servus.